Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Christian Schlegel, Salve a tutti. In diesem kleinen Clip heute geht es um den Dow. Es ist 15.03 Uhr, wenn ich diesen Film anfange, bis der drin steht, ist es bestimmt 15.45 Uhr. Der Dow macht es, das kann ich gleich als Headler nehmen, super spannend. Der hat einige Male hier die 200-Tage-Linie berührt und dann als Sprungbrett benutzt, um jetzt hier vorbörslich bei 27.188 zu stehen. Das Hoch, was er hatte bisher, das All-Time-High, war 27.398,68. Das heißt, wir sind ganze rund 200 Punkte davon weg. Das ist nicht viel, das ist weniger als ein Prozent. Wenn ich die technischen Teile mal durchgehe, das ist so, dass das der Bewegung und Gegensätze Band hat hier gedreht. Ich mache mal das Faden kurz rein hier und hat auch sogar relativ gut das letzte Hoch erwischt. Das heißt, das dreht nach oben, sollte heißen seitwärts oder leicht korrektiv. Das MACD ist negativ, die Stochastik hat ein leichtes Verkaufssignal gegeben. Das ist noch nicht wirklich bestätigt. Wir sind nur ganz knapp unter der 80. Das Problem, was ich mit solchen Charts habe und was sich auch dem Gesamtmarkt stellt, ist, wir sind hier in der Nähe des All-Time-Highs. Das heißt, es besteht, gar keine Frage, hier an der Höhe des oberen Bollinger-Band, die Möglichkeit eines Doppeltops. Einmal ran, nochmal ran und dann runter. Die besteht, überhaupt keine Frage. Das ist eine Riesengefahr. Andererseits, wenn wir es schaffen, das All-Time-High zu überbieten, auch mit Schlusskurs, sagen wir mal 27.440, also das muss schon ein gewisser Abstand sein, dann knallt er auch hier oben raus. Und dann ist es völlig wurscht, ob es hier ein Verkaufssignal gibt oder hier eins. Das ist völlig egal. Weil All-Time-Highs, der Jörg Scherer sagt dazu immer Uncharted Territories. Übrigens gibt es mit ihm und mir bei NTV, entweder Freitagabend oder Samstagabend, kommt es rein auf die Homepage. Wir haben gestern ein Interview auf dem Parkett gemacht. Und dieser Ausdruck Uncharted Territories, der kommt von ihm und den finde ich also weltklasse. Aber dann ist es so, wenn das hier drüber geht, müssen Sie davon ausgehen, wir sehen den Dow hier irgendwo. Das würde dann auch dem DAX helfen, durchaus mal die 12.656 anzuvisieren. Also der Dow, um darauf zurückzukommen, macht es unglaublich spannend. Und aus jetziger Sicht, jetzt hier Donnerstag Nachmittag, 15.06 Uhr, kann ich überhaupt nicht sagen, ob der da drüber geht oder nicht. Da halte ich die Finger erstmal still und gucke mir das mal in aller Ruhe an, bevor ich hier auf der falschen Seite erwischt werde. Ich habe trotzdem zur Vorbereitung ein paar Scheine hier. Zum einen bin ich der Meinung, ich muss mir keinen Schein suchen, der hier unten irgendwo ist, bei 25.500 oder 25.400. Ich kann weiter hochgehen. Oftmals ist es so, dass ein Wert, auch das werde ich in dem Interview sagen, der am oberen Band klebt, meistens nur bis zur 20-Tage-Linie korrigiert. Das wäre also im Moment 26.557. Das steigt aber jeden Tag an. Das heißt, hier in diesem Chart sind die heutigen Vorbörsenkurse natürlich nicht drin. Das heißt, es steigt so um die 30 Punkte, wären wir heute bei 26.587. Deswegen, ich suche mir einen Schein, der hier drunter liegt. Ich gehe gar nicht erst hier drunter. Und ich habe den hier gefunden. Das ist ein Open-End-Schein mit der Basis 26.542. Also recht knapp hier drunter. Der hat einen ziemlich fetten Hebel von 45 im Moment. Und hat von Goldman die Kennnummer GB22-B2. GB22-B2. Das ist der Call. Den nehme ich für den Fall, dass wir wirklich, und das ist die Condition sine qua non, mit dem Schlusskurs über diese 27.398 gehen. Bitte mal so 30, 40, 50, sagen wir mal eher 50 Punkte Abstand. Sonst ist das nichts. Bei dem Putz. Wenn das wirklich ein Doppeltop werden sollte, kann ich den K.O.-Schein ziemlich nah hier dran suchen. So etwas über der 27.500. Und das ist auch ein ziemlich heftiger Hebel. Ich habe mich für den hier entschieden. Das ist die 27.582. Das ist auch ein 60er Hebel. Keine kleinen Geschichten. Das ist von Goldman die GB1-X-B8. Auch ein Open-End-Schein. Wenn er hier durchgeht, macht es keinen Sinn, eine Basis zu haben, die hier irgendwo liegt. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch durchzieht, doch erheblich vorhanden. Also da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich mache momentan noch nichts. Ich will wissen, reißt das oben raus oder verkümmert er hier oben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.